Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary Und äh ja, wir haben uns den Schlüssel von Damokles geholt und ja, wow Genau das wollte ich sagen, durch den Raum müssen wir ja durch, zurück Ich mag's nicht, ich mag's nicht Kamera, stell dich doch nicht so quer Ähm, müssten die nicht irgendwann, ja genau, runter gehen Yes, give me the beard Auf ein neues Ich sollte es in Let's Play Tomb Raider Anniversary umbenennen Boah, wenn die Kameraperspektive nicht so scheiße wäre Machin, verdammt Aha Fick dich doch Das wäre doch eigentlich schon fast so ziemlich der Ausgang gewesen, oder nicht? Direkt da vorne rüber, eigentlich schon Boah, man, Lara Kommt schon Geh runter Ja hopp, hin und machen Danke So, runter War's das? Wow Ne, das war's natürlich nicht Scheiß die Wand an Oh mein Gott Ey Wow, wow, wow Warum ahne ich Böses mit diesen Schwertern? Oh ne, bitte nicht Wow Alter, wollt ihr mich verarschen, oder was? Kommt da noch mehr runter? Joop Nein Scheiße Meine Güte Das ist grauenvoll Fast wäre ich da wieder reingelaufen So, runter Mach hin, ne Ich will da durch Geht doch So Komm schon Danke Danke Puh Das ist doch nicht zu fassen, ey Wie hatte Flint Winston Das hast du doch gleich genannt Alles Gute Kommt von oben Du kannst mich mal Flint Winston Oh, der heißt jetzt Flint Simpson Tut mir leid, Flint Nervenkitzel Pur Ist die Scheiße hier Alter Schwede, ey Ah ja Jetzt Ja Ein Schwert Da oben ist noch eins Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hilfe Ich habe natürlich meine Stoppuhr nicht gestellt Wow Wow So, so Gut Puh Nervenkitzel So, was ist jetzt zu tun Bestimmt kann Lara sich mit den Also auf diese Dinger draufstellen Auf die Schwertköpfe Auf die Knaufköpfe Schaftköpfe Wie auch immer Ja, i Nur wie Oh mein Gott Oh mein Gott Kam hier noch Kam hier was raus Scheint nicht so Ach du meine Fresse Okay Probieren wir es so Da hoch Lara Danke Ähm, ne Ich wollte Dreieck drücken Und nein Ich spiele nicht auf der Playstation 3 Oder Playstation 2 Ich habe nur einen Controller Der aussieht wie ein Playstation 2 Oder 3 Controller Und ich kann mir halt eben Dieses Viereckkreis X3 Gedünst besser merken Wie 1 4 3 Und so ein Schiss Bleiben die jetzt unten Oder ist das Zeit Limit Auf jeden Fall ist das hier ein Checkpoint Das finde ich sehr schön Sehr, äh Freundlich Und so Eieieieiei Was ich da rüber? Scheinbar nicht Hahaha Bin auch jetzt zu Zu, zu, zu Dingenskirchen hier Um Den Spielstand zu laden Wie auch immer Viel gemacht haben wir ja eh nicht Ist ja eh nur einmal Rum Ey Was soll das? Hoch da So, dahin Danke Für nichts Sag mal Ich bin doch da eben rübergesprungen Oder nicht? Geht doch Eieieieiei Lara, Lara, Lara So, hoch Mal umgucken Darüber? Ich brech mir alle Knochen Das verspreche ich euch Oh, ne, doch nicht Schade Äh, ja, keine Ahnung Ich kann mir doch nicht erzählen Dass ich da hin muss Scheinbar doch Das verspreche ich euch So, wo es league ist A I I Steals Danke Medi-Kit einsammeln davon kann ich nicht genügend haben Mann in meiner Position Braucht halt eben 20.000 Medikits Packs, wie auch immer What the fuck Aha Äh, wo jetzt hin? Hat jemand eine Idee? Och nö, bitte nicht Ist das da hinten eine Kante? Ähm, Leben nicht Wow What soll dat, ey? Das ist doch zum Heulen Ja, darum Oh je Ja Entschuldigung Ja, die dem Machin, verdammt So No matter Ich hasse solche Nicht so ganz eleganten Aktionen von Lara Oder von dem Spiel her Eins muss ich dem Spiel echt lassen Die Grafik ist Ziemlich hübsch gemacht Und damit meine ich nicht nur die Bewegungsabläufe Die Bewegungsabläufe von Lara Jetzt Fick dich doch Mein Gott Mach doch keinen Spaß mehr Hier mir zuzugucken dabei Bin doch nur noch am Failen Eigentlich bin ich nur am Failen Egal was ich tue Aber trotzdem Jetzt rüber Ey, ich sag dazu nix mehr Ja Ja, ne Ja, ne Hoch Schräg, schräg Ne Ein bisschen schräg so Das ist auch schon knapp Ey